So, hier sind wir in den Village-Bereichen vom Club Kalabi Magic Life in Ägypten. Total schön, alles mit Blumen, also wirklich ein Blumenmeer an jedem Balkon. Und hier geht es dann weiter zu den anderen Zimmern. Wirklich eine traumhaft schöne Anlage, sehr gepflegt, sehr, sehr sauber und wirklich für Aktivitäten, jegliche Sportarten einfach super geeignet. Für Club-Urlauber oder für Familien wirklich der ideale Platz. Hier in Ägypten.